So, also man kann es gerade nicht weg machen. Das heißt, wir müssen leider bis zum Ende noch mit diesem Bug hier leben. Das machen wir ein bisschen runter. Jetzt haben wir aber hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. So, das Lager haben wir den Hopfen genug da. Hopfen haben wir genug da. Malz auch, das heißt, okay. Okay. Ja, jetzt war es die ganze Zeit hier gut. Jetzt komme ich natürlich an und mache hier alles kaputt. So, jetzt hat er nur ein bisschen. So, und jetzt fahren wir gleich mal in den Angriff. Da mache ich natürlich auch die Geschwindigkeit wieder runter. Okay, so. Die Frage greifen jetzt von oben an oder gehen wir sofort hier? Aber hier werden wir von mehr getroffen als von... Wir probieren es jetzt. Wir haben jetzt zwei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Schiffe. Das kann doch nicht sein. So, wir haben das eine Schiffe und dann müssen wir das... So, ja, sit down. Wir gehen jetzt, wir hauen jetzt hier alles in Schiffen drauf. Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt, wir werden es auch erst mal. Wir gehen jetzt, jetzt. So, wir gehen jetzt, wir gehen. das ist was das hier noch ist wir versuchen das jetzt komplett einzunehmen mal gucken was dann passiert da ist nix da ist noch so ein lebensbalken drüber der ist jetzt auch kaputt ich weiß nicht was hier inselmoral ist bei 78 so das ist erobert das machen wir hier weiter diese moral bei 69 noch oh sie ist beeindruckt von meiner militärpower ja das kann ich verstehen das wäre jetzt auch die wirft ok kaputt noch sieht es gut aus die moral geht weiter runter bei 50 prozent nur noch ich muss sagen die see schlacht hier sind die spektakulär aus aber das ja das ist nicht das herzstück von anderen das das muss man ganz klar sagen aber spektakulär sieht es wirklich nicht aus ok jetzt ok was kann ich jetzt hier machen wahrscheinlich gar nix weil die piraten sind auf jeden fall da ist ja schon was hier ist also hier kann man die schiffe abgeschöpfe upgraden hier kann man nur um theoretisch kaufen ok das macht ja auch keine lustung zu der unspektakuläre kampf ist vorbei ich werde jetzt noch ungefähr eine gute halbe stunde aufnehmen jetzt hat die frage was können wir hier noch machen wir können jetzt natürlich hier versuchen noch krieg mit so einer anderen partei auf und zu fangen was sieht es denn hier aus diplomatie ok die hat militärmacht 18 der 21 und die hat mehr denn die hat 27 kann ich gegen die versuche krieg zu machen ob wir mal was hier war der haupt in seiner äh, ne, habe ich jetzt keine Lust drauf aber wir werden doch gleich mal gucken, was passiert, wenn wir das hier angreifen können wir uns eigentlich von der Insel was hier, ein Teil gehört uns, wir können theoretisch noch ein Teil kaufen, oh, dann haben wir aber nichts mehr an Geld hier wird jetzt drauf auch geschrieben, dass wir es, äh, gewonnen haben ja, das soll ich auch schon mal machen boah, brauchen die lang die sind noch, die sind echt noch ganz gut das heißt, das kriegen wir, denke ich mal hin also das heißt, wir machen jetzt bei dem Spielstern nicht mehr viel, ne, vom Game haben wir jetzt zu viel ich wusste aber auch nicht, boah, wie lange brauchen die dummen Schiffe hier ich weiß gar nicht, wie das aussieht, wenn ich jetzt den Hafen zerstöre, was passiert mit dem Ganzen, was hier ist kann ich mir was denn holen, oder ich weiß gar nicht, wie die ganzen komischen kleinen Boote, was die sollen äh, das ist nicht so cool jetzt saßt hier gerade so schön aus, jetzt macht hier die Schnaps, äh, Factory so ein Bullshit das hätte jetzt nicht mehr sein müssen zum Ende boah, können die Schiffe mal langsam also das ist so ein bisschen die sind echt krass außerdem, warum sind die Piraten hier wieder, warum hat die hier wieder ein Schiff das geht über uns immer noch nicht, außer es ist verpackt ich dachte, ich hätte die besiegt warum hat die immer noch mehr Militär als ich verstehe ich nicht das verstehe ich nun wirklich nicht, weil also entweder, es gibt irgendwo noch eine Insel weil die sind ja hier alle tot naja, das war hier nicht ganz so klug also, mit den Feuerwehren bin ich, äh, ja, da habe ich ein bisschen geschludert muss ich ja ganz ehrlich zugeben wo ist jetzt mein Schiffsamt ne boah, brauchen die lange boah, brauchen die 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 Ich möchte jetzt wenigstens mal gucken, was passiert wird. Warum ist die Musik jetzt wieder so laut auf einmal? Was passiert jetzt? das versteht die musik ist auch noch nicht so ganz warum haben wir so viel credit zu bekommen und Achso, die hat es zurückgekauft. Deshalb haben wir so viel bekommen. Ja, schön. Ich hoffe jetzt nicht, dass die mir alle den Krieg erklären, wobei wahrscheinlich schon mittlerweile so eine Militär macht, dass ich gegen alle... Ich stelle doch gerade irgendwas. Äh, ah, okay. Das kann man sogar einstellen. Hm. So, Diplomatie. Jetzt holen wir die alte mal raus und jetzt die Klärkriege. Ich weiß nicht, ob die Piraten... Jetzt hat die ein zweites Schiff. Boah, okay, das ist das von mir wohl nicht so cool. Ja, ich spiele seit sechs Stunden. Ich habe jetzt, ich habe es nur noch ein bisschen schneller gemacht. No. Oh. Oh, dear, lost your flagship. Well, I'll see what I can possibly. ich weiß nicht ob man das übernehmen kann das finde ich ja ganz cool wenn ich die übernehmen konnte das würde ich mal gern wollen aber das sehen wir in der nächsten folge uns auf jeden fall für die leute bei youtube